In Bangkok sind bei Protesten gegen die Regierung und das Königshaus Eskalationen beobachtet worden. In der thailändischen Hauptstadt kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Sicherheitskräfte gingen mit Gummigeschossen, Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstrierenden vor, als sie versuchten, eine Barrikade vor dem Königsplatz zu durchbrechen. Die Proteste richten sich gegen die vom Militär kontrollierte Regierung und gegen das jahrzehntelange als unangreifbar geltende Königshaus. Untertitelung des ZDF, 2020